Ich bin fertig. Rauchen kann ich nebenbei. Hast du jetzt eigentlich einen anderen Charakter? Oder nimmst du nochmal Robin? Er hat jetzt Toke genommen. Okay. Ich meinte bloß, wenn er hätte Robin nehmen wollen, dann hätte ich ihn anders genommen. Und ich müsste meinen. Sie ist einen Charakter. Schwierig, der lasst Duokf Platt. Als natürliche покommt, läuft an meinen Herbert gewesen. tallest allows der Lettuce sind weg. Die SWR war eine Einladung für Sieger und Treibung. Das ist so schlimm. Ich muss irgendwas mit meinem Mikro machen. Immer wenn bei euch ein Ton kommt, kommt das bei mir auch. Was kommt bei dir auch? Na, wenn ihr irgendwas sagt, schlägt mein Mikrofon auch aus. Na, mein Mikrofon, äh, 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 so rum. Ah, you leave me no choice. Ach scheiße. Oh, aua. Da oben sind zwei Bogenschützen. Was haben wir denn jetzt eigentlich noch drin? Oh, ne, ne, jump. Noch ein Bogie. Äh, ne, noch. Na, ne, ne, Marianne. So. Bring euch mal was. Äh, warum bringst du denn mehr Zeug mit? Wäre ja gar nicht nötig gewesen. Halt wirklich nicht. Ich hab leider keine Rauchbomben, sonst hätte ich ja jetzt gesagt, ich tue hier. Das war nicht gut, Jumpy. Ich bin gerade echt nicht gut im Aimen. Das war schon mal besser. Ich geh dann mal hier hoch, ne, meine Freunde. Ihr könnt ja die Leiter nehmen. Oder ihr seht mich einfach nicht mehr. Es geht auch okay. Also den Bogenschützer hab ich schon mal ausgeschaltet. Ach ja, der Soffiert ist schon wieder raus. Ja, ja, das ist so einer, der stirbt und geht direkt. Hm. Ehrlich gesagt hab ich auch erwartet. So, jetzt kann ich dir gerne die Tür aufmachen. Die ist schon offen. Machst du. Ach ja. Ich glaub, dem ging unser Glaube auf den Sack und er hat die Mute-Funktion noch nicht gefunden. Menschen. Dann finde ich das okay, wenn wir spielen oder so. Wie, dann ständig gleich gehen. Garde hier. Pass auf, das ist notwendig. Garde hier. Was machst du denn, kann ich denn unten? Oh, ich glaub mir, keine Wahl. Hier ist ein Entrance. Okay. Auf kurzer Distanz treff ich einfach nicht. This is necessary. Das hab ich irgendwie auch nie. Alter, ich drück die ganze Zeit kreis. Ich hab mal den zweiten da weggemacht, der hättest nicht ganz so Sinn. Hm. Hm. Ach, dass die immer so komisch rumglitschen. Sag mal. Jetzt wird's lächerlich. Was denn jetzt? Ich schieße dem drei Mal auf den Körper und das irgendwie sagt er sich so, nö. Du siehst, wie der Pfeil landet, dass der ihn trifft, aber es kommt keine Reaktion darauf. Er fällt nicht um oder so. Ich hab die Urge haben können. Ja, ja. Du hast mir keine Wahl. So, ich bin unter der Kirsche. Ich hab die Schatzkammer gefunden. Jetzt brauchen wir noch einen Schlüssel. Ja, der Dicke wird wahrscheinlich wieder im, äh, drüben sein, wo er vor uns war. Oh, jetzt hab ich Stirn nicht gesehen. Aber er hat dich. Ja, aber er hat mich. Das stimmt. Ich höre den Dicke nicht. Also schreit dich hier zu sein. Ammo, hier. Ich hab die Schatzkammer. Hm. Hm. Ich glaube er weiß wo er ist. Oh, den finden wir schon. Ah, ich hab schon so ne Vermutung wo er rumspinkt, wenn er nicht hier ist. Ah, wusste ich's doch. Sheriff! Na ja. Wenn er nicht im Dings ist, dann ist er meistens hier am rumlaufen. Wir sind hier aber viele ey. Geht man nach Hause? Ich bin schon auf dem Weg zu dir. Ich will ja mal überlegen, ob ich mich mal killen lasse, weil ich so wenig Leben hab. Ich muss sich mal wegziehen. Oh. Oh. Ah. Ja, gleich. Eins. Achtung, gehört ja. Er kommt jetzt gleich über die Brücke reingelaufen. Wo müssen wir denn diesmal hin, eigentlich? Oh, Schatzkammer ist in der Kirche. Ja, ne, ich meine aber dann zum... Das sehen wir, wenn wir die Kisse angehoben haben. Deswegen hebe ich die immer nur einmal an und lasse sie dann liegen. Damit ich erstmal den Weg freimache. Ich werde dir schauen. Ist hier noch einer? Ja, das ist ein zweiter. Du brauchst mir keine Wahl. Ein zweiter. Ich werde dich finden. Ich werde dich finden. Du kannst dich finden. Du kannst dich immer noch nicht schützen. Hast du gar nichts gemacht? Ach du warst hinter mir. Ich habe mich gerade gewundert, wie der mich gesehen hat. Das ist nicht notwendig. Hier unten war vor uns Klub oder innen. Ritter. Gedönscht. Wir sind weg. Okay. Der vor uns war er eigentlich noch hier. Nervös. Weg ist weg. Mal gucken wo wir hin müssen. Lager. Lager. Hast du da drüben schon vorsorglich sauber gemacht, ne? Naja, das mache ich auch immer. Immer mache ich, weil ich mir dann denke, so Dorf oder Brücke. Und dann so lagern. Soll ich die Drohe mitbringen? Ne, ne, wir lassen... Lass das mal liegen. Wir machen das mal sauber. Schuhen. Schuhen. Spannung. Schuhen. Danke. Alle hilft noch einmal. Wir sind hier, Sveja. Guard, hier. Guard, hier. Niemand. Alter, so eine richtige Kackstelle. Guard, hier. Willst du den machen? Geh ruhig, der sieht dich nicht. Ganz ruhig machen. Sicher? Ja, mach doch. Und das jetzt alle, oder? Ja, wisst ihr, wo die Gegner hier auftauchen? Wenn wir dann die Kiste drin haben? Nö. Ja, in der anderen Richtung auf jeden Fall. Die kommen, das hier ist eine Kackstelle, hier tauchen die auf. Die laufen dann hier so durchs Gebüsch. Das ist eine gute Position für Marianne, weil die die halt hier im Gebüsch weg holen kann. Okay, da stell ich mich hier her. Die kommen hier durch. Das geht auch noch mit dem Gebüsch. Und die letzte Reihe ist von da hinten. Wenn man mit Toke kann man hier einfach immer eine Granate hinschmeißen, da bleiben die mal Stunt. Wenn man zwei hat, aber du hast ja nur eine, ne? Ich würde den Dicken wegbringen, dass der weiter weg ist. Das kannst du nicht tun. Ja, dann muss halt jemand die Truhe holen in der Zeit. Ich hol die Truhe, bin schon auf dem Weg. Weil der patrouilliert ja direkt nebenan bei dem Gebiet. Das wäre ein bisschen ungünstig. Gearbox hier. So, die Truhe habe ich. So, die Truhe habe ich. Kann ich ja, ne? Du kannst die mitnehmen, ja? Ne, er warte grad so ein bisschen. Ja, ich habe versucht zu hören, was er sagt. Weil er ist zum Teil so verrauscht. Die verstehen halt mega schlecht. Ja, komm, Dicki, Alter. Sag mal, willst du mich verarschen? Ich stehe einen Meter vor dir und du siehst mich nicht, oder was? Und du sagst, nein. Sag mal, das Visier aufmachen, Alter. Wurde das jetzt von dir aktiviert? Ja, ja, ich habe den Dicken jetzt am Arsch. Damit ich ihn wegbringen kann, das dauert sonst ewig. Ich dachte jetzt. Ich habe jetzt hier irgendwas gesehen. Ne, wenn ihr die Kiste sehen, dann sagen die meistens auch so, äh, she knows oder irgendetwas. Weil, die kommentieren das dann auch, dass die Gegner wissen, dass die Kiste weg ist. Okay. Sag ich noch was? Ja, ja, wenn ich den dann umgehauen habe, sodass der, dass der weiß wird. Ich sag Bescheid. Gut, dann kann ich nochmal kurz verschwinden, die Bus. Ich beeile mich. Ja, ein bisschen. Oh, jetzt rennt der da einfach um die Ecke, Alter. So, ganz. Ich könnte die Kiste rein tun. Ich meine bloß, der bleibt nicht ewig sitzen. Achso, wie gesagt, bist du noch gar nicht da mit der Kiste oder was? Ja, weil, der liegt jetzt und der steht gleich wieder auf. Wäre halt gut, wenn er in der Zeit schon läuft, ne? Okay, sie ist gerade nicht da, würde ich sagen, und hat die Kiste in der Hand, richtig? Also habe ich jetzt meinen Explosionspfeil umsonst verballert, ja? Ja. Ja, wenn sie jetzt hier nur rumsteht und ich... bist du da? Weil wenn ja, dann... Bist du da dran? Weil ich bin jetzt den ganzen Weg bis hierher gerannt, weil ich den down gehauen habe. Weil jemand die Kiste reingepackt hat. Ja. Kommt ihr näher oder bleibt ihr zu vorne stehen? Sie bleiben kurz hier stehen, weil ich kurz hier war. Und jetzt werden die um hier... Genau, jetzt kriegen die mich nämlich auch mit. Weil ich versuche die gerade wegzuziehen. Dass das nicht so viel da auf allen Flecken sind. Oh, genau, Alter. Ich bin genau in den Scheiß dahinter reingerutscht. Das war jetzt nicht so schön. Danke schön. Kein Problem. Oh, da ist ja noch einer. Und noch einer! Der hat ja die ganzen Ritter bestellt, ey. Ihr? Ja? Wüsste ich ja auch von. Wüsste ich ja auch von. Ja, noch einmal. Ey, wieso hustet der nicht? Ob ich jetzt gar nicht? Schalt drauf! Du gehst ja! Äh... Wo ist der Dicke? Ich geh mal eben in den Dicken Ehrgang. Ich geh mal eben in den Dicken Ehrgang. Der mit Schaden irgendwie. Ich geh mal in den Dicken Ehrgang. Und ich geh mal in den Dicken Ehrgang. Oh, wie soll er hier denn auch oben kommen? Ich geh mal in den Dicken Ehrgang oder in den Dicken. Weil ich hätte jetzt keine Lust, dass der den hochhebt. Achtung, Bogenschütze. Von der anderen Seite kommen auch gerade noch mal welche. Ah scheiße, den hab ich nicht gekocht. Oh fuck. Einfach neu gespawnt. Die mussten jetzt natürlich direkt hinter mir spawnen. Der steht wieder. Ich hab keine Explosionspfeile. Der Ritter ist weg. Scheiße, und ich bin tot. Nein, das macht nichts. Ja, das ist gut. Crossball hier. Silent approach is compromised. Das ist notwendig. Das ist notwendig. Ich bin hier. Ich bin hier. Hier geht es. Ich bin hier. Ja, ja, ja. You leave me no choice. Damn, the states are aware. Quiet. Kill them. You can't hide forever. I'll find you. This isn't necessary. Here's an entrance. Sheriff here. Identify yourself. Colors here. Outlaws, entrance. Stay here forever. I'm looking for the mouse. Now, I'm going to hang on. I'm coming back. You leave me no choice. This is necessary. This is necessary. This is necessary. I'm going to find you. da war er war hier nicht gerade mal jemand zum helfen ja das war ich genau oder stand genau hinter der tür oder der neue man ich bin dort von hinten beschossen und von vorne geschlachtet ja von vorne habe ich gerade zwei bogenschützen die gehen wir ein bisschen auf die ja ja die armbrust schützen sind halt das problem immer weg junge kommschön aber was mit der andere erzählen genau hier steht man kann ja da drüben hingehen ja ja den anderen haben sie gerade mit weg gemacht in der händen ist aber dazu aktivieren ja da will ich ja gerade hin tante pass auf da sind zwei oben ok guard here guard here this is necessary ich helfe dir immer Das ist notwendig. Let's get that vault open. Das war's für heute. Jetzt müssen wir die Brau mal hinlösen. Da drüber. Ich kann ja wieder. Ja. Hier oben war auf alle Fälle ein Bogenschütze. Ja, da stehen noch einige Gegner. Ich lock das erstmal kurz dahin. Das geht auch. Da kam ein Bogenschütze untergefallen. Oh, wie das. Was? Waren das jetzt alle? Das sind wir gleich. Nein, ist er noch. Einer. Zwei, drei. Mal. Was hat denn her eigentlich so richtige Position? Ja. Von woher die Gegner kommen oder was? Hm. Eigentlich von allen Seiten, wo du einen Weg siehst. Was? Also wir haben meine Position Englisch. Ja. Es kommen halt nicht immer gleichzeitig von überall, oder? Äh, den Sheriff haben wir den eigentlich festgemacht, oder? Nö. Okay. Kann ich ihn noch machen, wenn er wollt. Mir ist es egal. Wenn du den Musel dazu hast. Uhhh, da muss ich den Fett, da muss jemand anders die Kiste bezahlen. Da muss ich den Fett, da muss ich den Fett, da kann ich erstmal suchen. still, da muss ich den Fett, da muss ich den Fett. Wolltest du helfen kommen, oder? Hm, wenn du mal. Uh. Okay, der steht da und guckt auf den Weg. Dann. Ich hab ihn ja schon Ich darf bloß nicht aus irgendeinem Dickicht irgendwas gesprungen kommen, dann geht das Na gut, dann heile ich mich zurück Ich meinst jetzt Gegner, weil manchmal kommen da einfach neue Leute Okay, das ist jetzt natürlich ungünstig, weil der jetzt gleich Richtung Käste rennt Noch verfolgt er mich, mal gucken wie lange man das anhält Nee, jetzt will er nicht mehr Ich hab ihn gedaunt Schafft ihr das da hinten zu dritt, weil dann halte ich den hier hinten gedaunt Aua, bin weggeflogen, gerade Nein, wir waren Ritter No Kommt ihr klar? Ich denke Danke 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 Nice one Blödes Misfier Geh aufbauen Scheiss Bum 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 So, ich komm zu euch Der ist ein festgenagelt Mh, nee Der läuft jetzt zur Kitzel hin, ich hab bloß nochmal umgehauen Obelach Geh aufbauen Lass mich aufbauen Danke, Herr Ritter I see you Schuss Alles für mich Oh Get them Don't let the money get away Get them Get away o Das ist das Kiefer Aufbauen ich kann es gar nicht mehr los man ich glaube so war das nicht geplant oder überhaupt hier der kommt doch langsam ja ich habe gerade ein paar fiegearm macht ohne die wäre das entschieden ein Einbracher da ist er, oh der ist ja schon fast da ey das ist doch unmöglich alter der glitscht wie der glitscht der läuft bei mir seitwärts dadurch ist der übel schnell die sind die sind Oh, man. Oh, diese Krookies. Was ist das? Was ist das? Hey, Luis. Ich hab jetzt keine Bombe, by the way. Ah, hier liegt ja. Und? Komm, 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 komm. Ah, das war zu früh! Ah, das war zu früh! Ah, ne, doch nicht. Nein, hat gut geklappt. Aber endlos oft funktioniert das nicht, ne? Ach. Zu einer Stelle, ich muss mich da vorstellen. Au! Au! Nur diese Fernkämpfer, Alter. Da kommt ein Ritter! Wo? Da! Bidibidibidi! Komm doch, komm doch! Kannst du da mal machen, oder? Ähm, wenn dich keiner mehr am Arsch hab, ja. Kannst du da mal machen, oder? Ähm, wenn dich keiner mehr am Arsch hab, ja. Ich seh's nicht, wie viel hat der noch? Ich seh's nicht, wie viel hat der noch? Nee, der... Der steht da langsam. Ja. Der haut ab? Nee. Der hat sich rumgedreht, weil da der Monk stand. Da kam die Explosionsfluss gerade noch. Ach gut, wir haben's gut geschafft. Sag das nicht! Ein Gegner, der rein rein reicht! Bis jetzt kommt aber keiner mehr. Ey, 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 ey. Muss ich nicht haben, ey, muss ich nicht haben! Kein Kreis, vergiss nicht! Kein Kreis, vergiss nicht! Kein Kreis, vergiss nicht! Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon auf der Kenne hab. Naaah. Ich zumindest. Wir haben's denn schon schwer gemacht, so ist es nicht. Ah, dieses Mal sind sie an... wieder am selben Ort. Ja, das ist ja immer, wenn wir dann die Kiste anheben, wo es ist. Ich komm mit... Gott, hier. Du bleibst mir keine Wahl. Gott, hier. Sehr schön drin. Vorsicht, das sind's, wir waren. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. We'll under attack. A. Man macht nicht nur den Kopf. Wie ist das, die Bedeutung hier? Gehen! Bleib doch mal stehen, du Hund! So, haben wir schon mal? So eine erste Mewable labor habe ich Diesmal sind alle Respawn Punkt auf der Mauer Ich bin begeistert, dass unser Bogenschütze trifft Ist ja nicht so wie ich Nö, das hat nichts mit dir zu tun Der Kopfschmerzen hat Bestimmt! Assault! Wir können das hochladen Oh, da hinten ist so scharf Das ist notwendig Crossbow hier Ich weiß nicht, dass er wieder da hinten steht Ja, nö, ich sehe ihn hier Ja, aber ich will die Tür nicht öffnen Sonst kommt er direkt hier an Das ist nur einer, du kannst gut hören, wenn du willst Hatte Dann ist gleich noch einer Ups Ich habe den aus dem beworfen Bleib mal an der Tür stehen, der kommt hochgelaufen Oder so Es sind zwei Wenn er zwei sind, warum riechst du dann direkt drauf zu? Weil ich den zweiten nicht gesehen habe Achso, ich dachte du hast gesehen, dass der zwei sind Nee Ich habe den ersten in den zweiten gesehen, wo ich hingewand bin Äh, ungünstig Ah, das ist nicht notwendig Du kannst mich nicht hinlegen Passiert Vorsicht! Ich habe vielleicht gar nicht gesehen, sorry Ich habe das gerade gar nicht gesehen, sorry Ich hab schon gar nicht gesehen, sorry Du hast mir keine Wahl. Ammo, hier. Portcullis, hier. Wo sind wir? Hä? Ist das der Sheriff? Ja, oder? Ja, ja. Ich würde ihn gerade attackieren. Kannst du machen, aber das findet er nicht so cool. Achtung, ein Ritter kommt. Bäh. Nicht zu mir. Nee, das ist okay Ritter, aber der läuft trotzdem in deine Richtung. Nö, nö, die laufen bis raus. Nee, es kam wirklich gerade eine auf dich zu gerannt. Äh, die laufen in die Richtung, wo ich sie sehen wurde. Au, das tat doch weh! Blöd, Mann. Ich glaube gerade keine gute Idee, wo der gerade hinläuft. Weil unten ist gleich die Truhe. Ja, ich kann nicht anders laufen mit dem. Nö, 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 nö. Ich will die Truhe jetzt nicht anheben, weil ich noch die Agro vor dem Dicken habe. Ja. Sonst sieht er das Ding direkt. So. Was macht er jetzt? Der bewegt sich nicht. Der war auch. Soll ich es nehmen? Kannst du? Der dürfte es nicht sehen. Achso. Soll ich es tragen? Das geht, glaube ich, schneller. Bleiben jetzt ein Ritter in der Richtung. Haben die die Kiste schon gesehen? Kann das sein? Weil ich sehe da hinten was rumlaue. Ja, der andere ist. Ja, der andere ist. Ich sehe da hinten. 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 Du hast hier in der Richtung. Ah, unser Bunkenschütze trifft, sehr schön. Trotz, dass er hinten ist. Jaja, ich treff auch besser auf Entfernung. So, Bunkenschütze sind. Nee, hier war ich gerade noch. Danke! Bei euch drüben, rechte Seite. Nee, die rennen woanders hin, die rennen gar nicht hin. Ist doch gut. Verzählt sich gerade. Sollen sie doch irgendwo anders hin rennen. Weißt du, was sich so macht. Hallo? Ich hab's angeloogt, war meins. Okay, 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 ich wollte nur helfen Sehr gut Ich habe eigentlich eine gute Prodition hier gerade Nimmst du dir den? Ah, Pugenschütze hört sich den Ach ne Nimm du den ruhig Achtung, kommt noch einer Ey, ich hasse das Parieren, ey, du machst es und er sagt so nö, hast du nicht Ja, meiner Meinung ist jetzt gerade hier unten Manchmal denke ich, das Spiel hat einen kleinen Fingerchen oder so Ich denke mal, das ist der eigene Ping dann immer Fast Ich finde das immer übel geil, wie du die Bogenschützen verarschen kannst, du läufst einfach um ein Baum rum Du kannst noch einen Baum Ja, die will es denn, du kannst noch eins Hast du es denn, du kannst noch nicht nur ein Baum Die Du kannst noch nie Ich mache es dann, du kannst noch einen Baum